Mein primäres Ziel war es gewesen, abzunehmen. Ein bisschen weniger Gewicht für den Feuerwehrdienst schadet nicht. Bei der letzten Untersuchung beim Arzt für den Feuerwehrtechnischen Dienst, der alle drei Jahre ansteht, da hat man festgestellt, dass ich dazu neige, einen hohen Blutdruck zu haben. Mein Ziel war es auf jeden Fall, auf keinen Fall Medikamente nehmen zu müssen für den Blutdruck. Und das habe ich geschafft. Zusammen mit dem Fitness-Szenar haben wir ein Fitnessprogramm für mich erstellt, was primär erstmal auf die Kraftausdauer ausgelegt ist. Bin dadurch fittert geworden, habe dadurch abgenommen. Durch die Beratung im Fitnessstudio habe ich meine Rückenprobleme jetzt besser im Griff. Die Trainer sind immer für einen da. Von der Beratung bis hin zum Programmumschreibung, Ernährungsfragen. Die haben wirklich auf alle Fragen eine Antwort. Und ich fühle mich wirklich sehr, sehr wohl in ihren Händen geht. Deswegen auch sehr, sehr gerne in den Zürich und Stimme gehen.